Mehr. Lauter. Mehr. Du willst mehr? Du willst mehr? Okay, alles klar. Du willst Nägel lackieren, Beine rasieren. Das mach ich morgen. Morgen einkaufen, Mama anrufen, Oma anrufen, Opa anrufen. Telefonkonferenz. Kannst du mir kurz mein Handy anreichen? Danke, fertig. Ist es okay, so wie ich liege? Ist es auch okay, wenn ich meine Hand hier hin mache? Soll ich nach oben? Ich bin mir nicht sicher, was jetzt lieber ist. Ich kann auch... Okay, Entschuldigung. Stört dich vielleicht mein Parfum? Soll ich kurz duschen gehen? Mach weiter, ich möchte nur nicht scheiße aussehen. Guck mal, ist das hier zu viel? Und da? Na ja, also wenn du mich... Mach mal hier noch. Jetzt ist schon wieder meine Lippen ausgetrocknet. Das geht so schnell bei mir. Ja? Sie sind verhaftet wegen sexy. Alles, was sie sagen kann und wird gegen sich verbindet werden. Oh, okay. Und das erste, meine erste Amtshandlung ist hinlegen. Ja. Stopp! Der Gunther fehlt noch. Heißt das für den Dreier nicht noch ein bisschen zu früh? Na, du Scherzkeks. Nein! Der Gunther! Komm, sag mal Hallo. Hallo Gunther. Hallo Gunther. Hallo Lars. Also der Gunther macht jetzt heute mit, okay? Also Gunther, wo möchtest du sitzen? Genau. Hier. Der Gunther. Komm. Machen wir so. Ist das hier okay? Ja. Komm Lars. Komm, er hat dich gerufen lassen. Tschüss. So. Mach weiter. Mach weiter. Was machst du da die ganze Zeit? Hashtag Brownie. Warte. Machst du da? Hashtag Brownie? Was? Hashtag Beard Man. Was? Hashtag sexy. Du, du machst da nicht im Ernst gerade. Na, warte, 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 warte. Oh. Ich mach einen Filter. Oh. Oh. Du machst doch nicht im Ernst gerade ein Instagram. So. Guck mal. Kann ich das so hochladen? Oh. 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 Okay. Fang an. Passi, passi. Vielleicht mach ich eine Telefonkonferenz. Soll ich das nicht direkt jetzt machen? Mach weiter. Also. Jupp. Meine Mutter hat's auch gehört. Okay. Dann kann's ja losgehen. Legen Sie sich hin. Das ist das erste Gebot. Jupp. Ja, die sind nicht. Vielen Dank.